moin moin oder sind wir zurück zu einer weiteren folge kona für die switch ja wir haben ja jetzt den coolen oder beziehungsweise den coolen den super guten mantel bekommen und auch die warmen klamotten von dem alten franzosen den wir den schnaps gebracht haben und jetzt können diese hülle erforschen und das machen wir jetzt auch mal über diese kristalle oder eis man weiß nicht was es ist mal ein foto davon aussieht behalten wir trotzdem mal weiter geht's vielleicht sollten wir uns ein bisschen bewaffnen ich weiß es gar nicht ja vorher konnten wir hier gar nicht drin sein das war einfach so eisig kalt jetzt können wir hier rumlaufen und das geht das schon mal sehen deine kiste aber da kann man nichts machen viele kisten hier verschrauben eisen war alles mit streichhäuser warm ist immer gut hier sehen was ist das denn kamera auspacken machen wir mal was das ist irgendwelche sachen die wir darauf sehen können vielleicht müssen wir mal das ganze fotografieren das hört sich an wie ein bär oder sowas wir brauchen uns mal ein feuerchen hier und kein holz dabei so ein scheiß das hier sieht verdammt noch mal aus wie blut okay da war ein wolf oder sowas wir müssen uns mal ein bisschen ausrüsten hier haben wir dann so da bei brechstange hammer da rüsten wir uns immer aus auch zum hammer zu mir egal brücke bauen das können wir perfekt wir haben die sachen die wir brauchen um darüber zu kommen perfekt da kann man die kamera noch mal ein bild von machen da haben wir uns wieder dabei ne wo ist der hammer da weiter geht's da kann ich zuhauen mit dem kann ich zuhauen auf jeden Fall heller ist das ein anderer ausgang aber auch nicht also inwieweit irgendwie noch ein feuer zugange bekommen weil sonst Karl wondered how long he would have to enjoy this skin stinging cold ja gut dass wir sterben irgendwo ja gut dass wir sterben irgendwo ja gut dass wir sterben irgendwo ok also soll man diesen spuren hier folgen machen wir es einfach mal da da he had been running in fear from something creeping towards him against which he couldn't do anything only to end up like this petrified and cold ja was hat er angst gehabt ist die frage ne hier kann man nicht durchkommen dann gehen wir mal in die richtung weiter irgendwo muss er herkommen da muss er wirklich panik gehabt haben kann ja sein dass wir sterben ne jetzt weil wir ja schon sehr sehr eingefroren sind aber so schnell zum autorennen wir mal also fußspuren irgendwie eine waffe in der hand er schießt doch auf er was hat er geschossen einschalten was macht er da verbarrikadiert es ist nichts als sklaven für sie weiße neger wie valerie es ist ausgerüstert aber werden ja sehen wer am ende des jahres die sklaven sind die engländer erzählen uns die region hier voller ressourcen ist die eine ressource die sie dabei vergessen sind unsere alten gibt es viele alte menschen und diese verfügen wir näherseits über viele ressourcen der alte rosé zum beispiel hat uns für eine wagenladung cabrio mit dem besten was dieses ganze wieder zusammengeführt mit veteranen alten jägern ok wir müssen da kann man jetzt natürlich runter müssen sie müssen mal aufwärmen irgendwie warum zu hause schlafen wenn man in einer höhe schlafen kann ja super ok waffen wir auch gut schön dass wir eine waffe haben aber wir müssen uns mal an brauchen ein bisschen wärme hier auch nicht doch gerne mit das holz perfekt mehr holz das so aber wo können wir feuer machen hier wahrscheinlich nicht mehr runter gehen und feuer machen da war die feuer stellen ne auch perfekt perfekt für uns machen wir jetzt schnell damit wir nicht ganz erfrieren so das war auch wieder knapp ne das war auch echt knapp da gehen wir gleich mal hoch wenn wir warm sind dann kann das Feuer uns noch wärmen so gucken wir uns die knatter doch mal an wenn wir hier sind da machen wir von munition rein so jetzt gehts nochmal zurück ich lass mal kurz hier hoch gehen wir haben ja noch nicht alles untersucht hier oben er hat einige modifikationen vorgenommen aber wohl damit wer ist daran Feuer machen ach hier drin kann ich auch Feuer machen ach guck mal das ist die frage ob wir jetzt auch nochmal Feuer machen was wir machen sollen vorher schwarz gebrannter schnapps Sinn das hier hinten zu machen was keiner sieht so so ist Metall gut also ich würd sagen wir gehen mal weiter auf dem sind wir ja und wo wir noch hinkommen Das ist unser Feuer, gehen wir nochmal hier längs. Ok, irgendwas in der Nähe. Und dort ist nichts. Perfekt. Anscheinend. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kann man mal nichts mehr machen, glaube ich. Hier ist noch was. Dynamit, ach guck mal, klar. Können wir natürlich wegsprechen. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen weglaufen hier. Ah! Lauf! Wie weit soll man dann weglaufen? Die Frage. Gut, dass wir ihn damit gefunden haben. Oh, die Schussverbrauchte für diesen blöden Wolf. Ich hab noch mehr. Ist ja gar nichts. No stone can withstand the force of dynamite. Ach so. Da sind wir draußen, ok. Hm. Die als halber nehme ich trotzdem mal die Waffe in die Hand. Wo ist die West-Atapam? Ach, wo ist die Leiter? Ah, ok. Jetzt können wir die da runter haben. Dann können wir wahrscheinlich immer von hinten heran. Wir müssen nicht mehr durch die ganze Höhle laufen. Das ist natürlich sehr praktisch. Wenn wir überhaupt noch mal hier hin müssen, ne? Frage. Erstmal runter. Ja. Mal wo wir jetzt hin sollen. Mal gucken, wo wir sind. Warte, hab ich gesagt. So, unser Auto ist ja nicht so weit weg. Gut. In die Richtung geht's sogar. Auto nicht in die Richtung? Gut. Schauen wir mal hin. Das ist unser Karre. Und da ist die Frage, wo wir hin sollen. So, also wir können natürlich jetzt auf die Karte. Wir können natürlich zum Shop zurück. Und wenn wir in die andere Richtung fahren. Jetzt sind wir ja in die eine Richtung gefahren. Jetzt könnten wir ja mal in die andere Richtung fahren. Wenn wir das müssen. Das weiß ich vielleicht nicht. Aber das machen wir einfach mal. Das ist die einzige Lösung, oder? Schauen wir mal. Drehen. Wo lächerlich ist, ich in Zaun nicht umfahren kann. Ich fahre hier mit einem fetten alten vor Ort, oder das es ist. Dann müsste doch locker das Ding da weg. Egal. So. Kann ich mal raus machen? wir fahren jetzt direkt zum shop und da wo die leiche liegt halt kaufmann und da konnte man ja auch die andere richtung fahren jetzt haben wir ja hier eigentlich haben wir jetzt hier alles abgegrast glaube ich da müssen wir auch mal gucken und doch vorbei über die abgehackte brücke es lebt mal wieder es lebt so also mal kann da ging es raus genau da ist der shop und da ist ja der baum umgekippt da können wir nichts machen aber wir können ja mal hier rauf fahren und den baum umfahren indem wir denn hier raus fahren was hier entdecken ostatamik atami pack genau das machen wir mal und suchen mal den nächste größere haus auf kommt da ja auf der einen seite muss die ganzen häuser am abgrasen glaube ich ist ja natürlich nicht so viel aber da das thema anhalten aussteigen zum einen haus ausnahmisch gekehrt genau und gehen zu diesem haus es geht noch schnell auch hinfahren können eine einfahrt oder jetzt nicht gesehen auf der karte war sie auch nicht markiert die einfahrt aber vielleicht auch mal ganz gut sich heranzuschleichen statt da immer voll dem dampf rein zu rennen das laden ist ein bisschen blöder und ein eingeschneites haus jetzt zu sein oder was ich sehe kein haus auch da oben drauf ok kommen wir hier hochlaufen sehr gut wir durch super schon mal dass wir hier holz finden dann gehen wir gleich mal mit nachdem wir heute dabei zu haben so klopfen wir doch mal freundlich an und fragen und fragen nach wer da ist die mülltür noch mal durchwühlen versuche nach immer so nein ok aber wir können direkt rein das ist natürlich gut die leute hier wieder eingefrorene menschen was dem passiert ist ok gucken wir mal nach was hier passiert ist was gut zu wissen wir müssen uns nachher mal angucken wir haben uns unter der treppe gehen wir nach oben auch kein radio lenkt mich nur ab das sieht doch ganz nett aus hier wenn wir jetzt eine Zeitung auf dem Boden machen das ist natürlich was anderes oh da was macht er mit Angst warum hat er Angst gehen wir mal runter und gucken da steht jemand barfuß ok gehen wir mal da drüben rein hier es seemed like secrecy was commonplace in this house das müssen wir nachher durchsuchen hier läuft hier barfuß durchs Haus und da ist reingelegt giselles tagbuch Das Visionsbeil wurde aufgerichtet und er war zurück in die Realität. Eine Realität, in der Giselle, Gilles' liebte Freund, war motionless, in Eis. Das mit der Erpressung ist einfach eine ganz dumme Idee. Ich bin mal ehrlich, die Sache ist mehrere Nummern zu groß für Jill. Er weiß ja nicht einmal, wie er sie praktisch umsüssen soll. Ich glaube auch nicht, dass er sie je umsetzen wird. Er spuckt einfach nur große Töne in unserer Küche. Er sagt, dass er es tatsächlich durchziehen wird, aber die Sache ist doch die. Mit einer erfolgreichen Erpressung muss man unglaublich schlau und gerissen sein. Und Gilles, Gilles, wie heißt Gilles, ist nichts davon. Er ist ein unfähiger Langweiler und wird es auch immer bleiben. Ich sehe mir immer wieder den Safe an, den er hinter der falschen Wand aufgestellt hat. Und den mir die ganzen kompromittierenden Dokumente aufbewahrt, die er gegen Hamilton einsetzen will. Und ich kann es einfach nicht fassen, wie lächerlich das Ganze ist. Okay. So, wir gehen auch mal zur Treppe. Oh, hier gehen auch was. Es sieht aus, wie die Höhle in diesem Puzzle sind dort, um zu bleiben. Der Koffer war kalt und das Koffer drin war nicht gekocht. Es ist wahrscheinlich, dass der poor Giselle es lang kohlen hat, bevor sie es schlau hat. Die Uhr. Ob es auch hier Ohren gibt, die funktionieren? Wahrscheinlich nicht. Wir brauchen einen Safe-Man. Carl hat gesehen, dass kind of safe before. With its double-layered security system, blending letters and numbers, its code couldn't be broken by the common burglar. The general store, along with several more infrastructures in the area, had been acquired by wealthy industrialist William J. Hamilton. Perhaps the village should be rechristened Hamilton. Ackhol, der von Bertrand Lachan vor 20 Jahren eröffnete Gemischwarenladen, besser bekannt als Chess Leschamps, zählt für den wichtigsten wirtschaftlichen Stützen von Manastan. Allerdings ließen die Geschäfte nach dem Tod des Gründers nach. Chess Leschamps, der Erbe des altwürdigen Lands, hatte keine andere Wahl, als es an William Hamilton zu verkaufen. Den reichen und berühmten Geschäftsmann, der im vergangenen Jahr für große Diskussionen in der Region gesorgt hatte, als er die Neuöffnung und den Ausbau seiner Koffer-Milie bekannt gegeben hatte. So weiters wird sich aber im Mischhallen trotz der Besitzung nichts ändern. Jelens wird weiter in der Kasse stehen. Ah, okay. Auch ein Grund, ihn zu verpressen, denke ich mal. Nur mal. Ab hier drin vielleicht. Hm. The Cross looked after a marriage's well-being and served as a motivator to uphold the priest's sermons calling for more little worshippers, on one hand, and cautioning against guilty pleasures on the other. Indeed, the Leschances were still part of the God-fearing generation. A nice white coating would restore the room to its charm of olden days. Was? Zehn. Polaroid-Film, okay. Mal gucken, ob wir hier irgendwas... Mhm. Konne ich durch? Gut zu machen. Konne ich durch? Okay. Wir müssen den Code finden. Wir sind safe. Natürlich, wenn ihm der Laden gehört, könnte der Code natürlich auch im Laden sein. Müssen wir nochmal rausfinden. Und einfach hier drin um. Ja, noch mit. Viel mehr finden wir hier, glaube ich, auch nicht. Schade, schade, schade. Gehen wir nochmal hier rein? Na, hier wird er es wahrscheinlich nicht versteckt haben. Die Frau hat auch hier ihre Sachen versteckt. So. Na gut, dann... Nix und suchen. Offensichtlich wollten sie das ganze Haus neu streichen. Da sind sie wohl nicht mehr zugekommen, würde ich sagen. Nun gut. Stoppen wir doch erstmal hier. Und versuchen beim nächsten Mal rauszufinden, worum es hier eigentlich geht. Ich glaube, wir müssen den Code finden. Und den könnte man, glaube ich, im Einkaufsladen oder Gewischtwarenladen finden. Wenn er eben da arbeitet. Vielleicht hat er den da hinterlassen. Passen wir mal auf. Beim nächsten Mal schauen wir uns das an. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.